So, ich überlege mir jetzt mal spontan eine andere Methode. Spontanst, vielleicht klappt ja die wenigstens. Ah, hier kommen wir auch noch hinzu. Control. Oh, shit. Können wir das irgendwie ausschalten? Ja, können wir. So. Ah, nein, wir werden... Kabelwerkzeug. Dieser Blitz wirkt jetzt gegen Gegner statt gegen mich. Sehr gut. Dann, wenn jemand kommt, wird er sterben. Ist da jemand? Nein. Na, super. Das hat es jetzt natürlich gebracht. Naja, egal. Was wir haben, haben wir gehackt, sozusagen. Wattmaham, Hammer. Jäger- und Sammler-Mentalität. So. Genau, hier haben wir ja schon... ...den Mana-Track rausgeholt. Oh, ich will... Okay, wir kommen hier hoch. Ah, wir können ja übers Dach gehen. So. Oh, shit. Ein Tallboy. Oh, Mann, oh, Mann. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Kann mir das einer sagen? Was haben wir hier denn alles Schönes? Ein Tallboy ist dort. Wie können wir den Lord Regen in den Minenberg ausschalten? Nein, das ist ein Scheiße drin. So, weg mit dir. Schlaf schön. Das war doch jetzt einfach. Verdammt, da kommt einer und da ist ein Tallboy. Ich werde dich finden. Jetzt noch! Hilf mir doch! Puh, Schwein gehabt. Puh, das war wirklich Schwein. Wache. Kommt, den schmeißen wir mal schnell. Shit. Das hat nicht ganz gereicht. Naja, egal. Der ist dunkel genug gelagert. Was haben wir denn hier Schönes? Hamlock Assents? Hamlock Assents? So. 45 Meter. 100 Meter. Hier residiert der Lord Regen. Und die, die auf den Henker warten. Aber die Räume unterscheiden sich. Er geht mit Bedacht über den Boden. Tritt nur einmal auf jeden Schein. Er kann die Gedanken nicht, dass er weiß, vertreibt. Was möchte uns das Herz damit sagen? Boah, Schwein gehabt. Ich hab jetzt gerade nicht auf. Oh Mann, ey. Ich bin nirgends. Irgendwas stimmt hier nicht. Echt? Was denn? Kannst du mir das sagen? Shit. Komm her. So. Legt euch schlafen. Meine Kinder. Oh oh. Wir haben keine Bolzen mehr. Shit. Also. Jetzt wird es dann interessanter. Oh. Was sind denn hier? 50 Bolzen. So. Jetzt müssen wir um den Trollboy rumkommen. Oh Mann. Das kann jetzt noch lustig werden. Wir haben zwei Health Tränke. Wir haben zwei Health Tränke. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin gerade total ratlos. Sieht man mir vielleicht auch an. Beziehungsweise. Nee. Das schaff ich nicht. Shit. Shit. Geh weg. Geh weg. Tallboy. Shit. Ich muss doch hier rauskommen. Oder beziehungsweise reinkommen. Verdammt. Ich weiß nicht wie man diese Tallboys ausschalten kann. Wir warten einfach mal. Vielleicht merkt ihr ja wie. dass ich immer mal wieder ein bisschen leiser werde. Weil ich mich konzentrieren muss. So. Jetzt sind wir hier hinten. Mal schauen. Ich will einen Wasser graben, sagt er. Erwartet er eine ganze Armee? So. Den betäuben wir. So. Dich legen wir auch schlafen. So schöne Frau. Okay. Die ist eh schon unterdrückt. Wir nehmen alles mit, was wir nehmen können. Was haben wir denn hier? Der Leuchtturm. Auszug aus einer neugeschichtlichen Arbeit über die Insel Kingsborough. Die Insel Kingsborough befindet sich inmitten des Rarehaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fischer und gelegentlich religiöse Zeremonien von Bedeutung. Während des Morley-Aufstands wurde eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vom Meer zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jasmin Caldwen, ordnete Dunwars Lord Regent Hiram Burroughs den Bauer eines modernen Militärpostels und eines Leuchtturms auf dieser Insel an. Burroughs erst vor kurzem Fessen. Fertiggestellter Leuchtturm wird weiterhin als einer der Wunder der Neuzeit, neuzeitlicher Technik angesehen. Voll von Sokolovs Erfindung und angetrieben mit feinstem Wahlhöhlen. Interessant. Ich habe einen leichten Frosch im Hals. So, wir haben hier hinten... Oh, da unten ist ein Trank. Was haben wir denn hier? Warning. Ensure that chamber is free of tanks or derbis for operating. So. Dann holen wir uns mal hier und hier. Haben wir sonst was zum Abgrasen? Nein. So. Komm, den nehmen wir mal kurz hier mit und legen ihn hier rein. Ah, so kommen wir hinter den Zaun. Oh, shit. Ein Hexenfisch. So, ich hoffe mal, dass wir hier... Shit, shit, shit. Überall Hexenfische. Überall Hexenfische. Uh, sehr gut. Scheint so, dass keiner hier ist. Wir haben Schwein Kabelwerkzeug. Granaten haben wir noch voll. Gut. Was haben wir denn hier? The Measure. Bottles Measure. Ja, probieren wir mal, ob... Das Ding hier reingeht. Nein, geht's nicht. Was haben wir hier? Zutritt verboten. Hauptmann Birremont. Ich muss Sie bitten, mit einem meiner Männer zu sprechen. Corporal Keyes erstattet Ihnen Bericht. Nehmen, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen... Äh, doch, morgendlichen Offiziers vom Dienst, stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit der Kaiserlichen... Mit dem... Mit den Kaiserlichen. Die Frage. Ich habe heute irgendwie ein Problem mit dem Vorlesen, wie ihr vielleicht merkt. Ich weiß nicht, was sie miteinander zu bereden haben. Aber mehr wurde berichtet, und das Keyes sich für das Okkult interessieren soll. Wie dem auch sei. Ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser. Von Foltermeisten... Vom Foltermeister fern. Unseren Männern ist der Zutritt zum Keller geschossen untersagt. Major Hawking. Ah, also ist im Keller eine Rune versteckt. Eliminiere den Foltermeister. Dann werden wir mal den Foltermeister umbringen. Was haben wir hier? Dann One Tower. Oh, was haben wir denn hier hin? Tyvianisches Ernst. 20 Dollar. 20 Münzen. So, mal schauen. Optionale Aufgaben. Finde den Sinn in der Zentrale. So, die müssen wir alle machen. Okay, okay. Also, ich habe mich ja... Upsala. Eigentlich schon entschieden, wie ich... den Lord Regenten... vernichten werde. Eine Rune. Okay. Oh, verdammt. Vor lauter Ruhe und Geilheit habe ich den Mann übersehen. Wer hat es da ist? Wo bist du? So, der kommt jetzt noch mal. Aber er geht wieder. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Weg mit dir. Weg mit dir.